So, worum geht es denn in dieser wunderschönen Aufgabe 1? Sag mal, erzähl mal. Genau, also ich schreibe mal auf, so wie man das vielleicht früher in der Schule gemacht hat, ist bei der Aufgabe ganz passend. Gesucht ist eine Zeit. So, und was ist gegeben? Okay, also Leistung, H ist Englisch, Power kriegt ein großes P als Formelzeichen und das sind 2 Kilowatt. Und was haben wir noch Schönes? Ja. So, also Temperatur kriegt ein kleines, wie heißt dieser schöne griechische Buchstabe hier? Ein Theta, ja, Theta für Temperatur. Also wir erwärmen was von 20 Grad Celsius auf 70 Grad Celsius. So, und. Genau, das könnten wir daraus schon mal ausrechnen. Ja, also könnten wir sagen, Delta T sind 50 und weil man Temperaturdifferenzen und absolute Temperaturen ganz gern in Kelvin angibt, schreiben wir da Kelvin hinter als Einheit. So, und was wird jetzt erwärmt um 50 Kelvin? Ein Liter Wasser. Ein Liter Wasser. So, also ich schreibe mal hin, Volumen ist ein Liter und es handelt sich um Wasser. Naja, und Wasser hat eine Dichte, die könnte man mit so einem kleinen Roh bezeichnen, von ein Kilogramm pro Liter. Ja, und dann könnte man daraus scharf schlussfolgern, dass die Masse von diesem einen Liter Wasser eben auch genau ein Kilogramm ist. Ja, könnte man jetzt auch ausrechnen, wie man eben sagt, okay, die Dichte ist Masse pro Volumen. Und wenn man die Formel jetzt in Richtung der Masse umstellt, also das Volumen hier wegkriegt, wie kriegt man das Volumen weg auf der Seite? Mit dem Multiplizieren, ne, weil dann kürzt das auf der Seite weg und dann hätten wir hier eben das Volumen auf der anderen Seite mit dran. Dichte mal Volumen und, naja, und dann kann man das einsetzen und dann kürzen sich da relativ schnell die Liter weg und es bleibt das eine Kilogramm über. Okay. So, und was haben wir noch gegeben als letzte Größe? Ja, die heißt C und das sind 4,187 oder sowas, ja. Ist das richtig? So, und das sind jetzt Kilowatt pro Kilogramm und Kelvin oder Watt pro Kilogramm und Kelvin, das sage ich nicht so. Ja, aber was steht denn im Aufgabenheft hier für eine Eintritt? Ja, okay. Also wenn ich 4,187 schreibe, dann ist es mit Kilowatt, richtig? Ja, sehr richtig. Okay. So, also haben wir jetzt mal so ein bisschen aufgeschrieben, wir haben einen Liter Wasser, das eine Liter Wasser wird erwärmt von 20 Grad Celsius, das ist vielleicht so die Temperatur, mit der das Wasser aus dem Wasserhahn kommt, auf 70 Grad Celsius, weil man sich mit 70 Grad Celsius Wasser vielleicht einen Tee kochen kann oder so oder einen Kaffee, ein Heißgetränk. Mein ist schon ein bisschen kalt, hat auf jeden Fall nicht mehr 70 Grad. Ja, also mal, und ein Liter ist eben so eine Kanne Tee, eine kleine und was könnte ungefähr eine Leistung von 2 Kilowatt haben? Ja, also ein normaler Wasserkocher, den man so irgendwo so zu stehen hat, ja, also wenn das jetzt, das ist aber schon ein großer und ein guter. So. Okay, und jetzt haben wir da noch so eine spezifische Wärmekapazität von Wasser und haben jetzt schon ausgerechnet, dass eine Liter Wasser auch ein Kilogramm als Masse hat. So, und wir wollen jetzt wissen, wie lange dauert das, dieses Wasser mit so einem Wasserkocher zu erwärmen? Jetzt kann man, und das sollte man bei vielen Aufgaben auch immer mal ganz gern machen, sich natürlich mal so überlegen, naja, jetzt so subjektiv aus dem Bauchgefühl, wenn ich jetzt mal so eine Antwort schätze, was könnte, sollte, dürfte, müsste denn da so ungefähr rauskommen? Also, ich meine, wir werden auch viele andere elektrotechnische Aufgaben haben, wo man eben kein Bauchgefühl mehr hat, aber das ist jetzt noch eine relativ praktische, lebensnahe Aufgabe. Und ich hoffe, es hat jetzt noch niemand im Hintergrund schnell gerechnet, aber so, was wären jetzt so die Schätzungen für, wie lange dauert das? Wer ruft mal was in den Raum? Ja, also ein bis zwei Minuten war jetzt so die Schätzung. Ich sehe ein paar Köpfe nicken. Ja, also zumindest, wenn das jetzt ein paar Sekunden nur dauern sollte oder wenn wir jetzt irgendwie Millisekunden ausrechnen, dann sollte uns das sehr komisch vorkommen. Genauso, wenn das jetzt irgendwie Stunden, Tage, Wochen, Monate dauert, sollte uns das auch sehr seltsam vorkommen. Ja, also irgendwas so im Bereich einiger weniger Minuten klingt jetzt für dieses Problem äußerst plausibel. So, okay. Na gut, gucken wir mal, ob wir da irgendwie hinkommen. So, jetzt ist natürlich die nächste große Frage, wie rechnen wir das jetzt aus? Genau, also hier steht ja schon die Sekunden drin. Genau, und also eigentlich, wenn wir jetzt so scharf Schlussfolgern, können wir da oben dieses C nehmen. Ja, und das C hat ja schon diese Einheit Kilowattsekunden pro Kilogramm und Kelvin. Das heißt, so, also wenn wir jetzt das hier nehmen, das mit irgendwas multiplizieren, was die Einheit Kilogramm hat, fallen die Kilogramms weg. Wenn wir das noch mit was multiplizieren, was die Einheit Kilowatt hat, fallen die Kelvins weg. Und wenn wir das durch was teilen, was die Einheit Kilowatt hat, dann fallen auch die Kilowatts weg. Dann sollte nur was überbleiben, was die Einheit Kilowatt hat und das sollte die Zeit sein. So, können wir mal so aufschreiben, also wenn wir halt rechnen, C mal M mal das Delta T geteilt durch die Leistung, dann sollte da die Zeit rauskommen. So, und, naja, ich meine, können wir jetzt ja mal machen. Setzen wir das da ein. Ich habe natürlich auch wieder keinen Taschenrechner mit, aber wird ja bestimmt hoffentlich jemand haben. Also 4,8187. So, ich schreibe mal die ganze Einheit hin. Kilowattsekunden. So, das jetzt noch multipliziert mit dem einen Kilogramm, das ist ja einfach. Multipliziert mit 50 Kelvin. Und geteilt durch die 2 Kilowatt. So, und hier bei der Einheit gab es ja auch nochmal Kilogramm und Kelvin. So, und dann nehme ich mal eine andere Farbe. Kürzen sich ja hier die Kilowatt weg und es kürzen sich die Kilogramms weg und es kürzen sich die Kelvins weg, so wie wir das schon geplant haben. Und es bleiben Sekunden über. Und, ja, jetzt kann man hier versuchen, so ein bisschen im Kopf zu rechnen. 25 durch 2 sind 25. Und 25 mal 4 sind eben 100. Und es sind ja mehr als 4. Also es kommen da ein bisschen mehr als 100 raus. So, und dann kommen da raus, ich schreibe das mal hier, ja, schreibe ich noch hier hinter, 104,67. So, und du hast, glaube ich, vorhin gesagt 675. Sekunden. So, okay. So. Okay. Dann können wir den ersten Check machen. Entspricht das unserer Intuition, die wir vorher so hatten? Ja, also weil das wären ja ein bisschen mehr als 1,5 Minuten oder, ja, 1,3 Minute, wenn ich jetzt so richtig rechne. Und das klingt absolut plausibel für, ich nehme den Wasserkocher, kippe da einen Liter Wasser rein, drücke auf an, warte bis zu 70 Grad. So. Was man sich jetzt natürlich irgendwie noch überlegen könnte, Deswegen habe ich jetzt auch nochmal gefragt, wie man die Nachkommastellen. Also klar, das ist das, was da rauskommt. Man könnte jetzt noch wahrscheinlich ein paar mehr nachkommen. Die könnte man gar nicht, weil das ist ja auch nicht genauer gegeben. Jetzt ist halt die Frage, also muss man das so genau angeben? Sollte man das so genau angeben? Also Schaden tut es definitiv nicht, aber so richtig wahnsinnig sinnvoll ist es eben auch nicht. Weil, also warum machen wir denn so eine Rechnung in vielen Fällen, um uns eine Messung zu sparen? Also wir könnten jetzt auch einen Wasserkocher nehmen, die Leistung messen oder gucken, dass der irgendwie 2 Kilowatt hat. Ja, also wenn wir jetzt wissen wollen, hier einen Wasserkocher, wie lange braucht der, um einen Liter Wasser zu erwärmen? Ja, dann bräuchte man eine Stoppuhr, irgendwie einen Thermometer und dann könnte man diese Zeit ja auch durch ein Experiment ermitteln. Und nicht durch diese Rechnung hier. So, und wenn man das jetzt durch ein Experiment machen würde, tach, was für eine Genauigkeit würde man dann wohl so in etwa hinbekommen? Das würde wahrscheinlich ein bisschen länger dauern, weil der Wirkungsgrad würde jetzt auch nicht ideal als würde. Ja, also ich meine erstmal, Wirkungsgrad von einem Wasserkocher würde ich sagen, ist schon ziemlich gut, weil typischerweise ist ja das, also das, was nicht irgendwie sinnvoll umgesetzt wird, das geht eben als Wärme verloren. Und okay, Wärme in einem Wasserkocher ist ja eigentlich das, was man haben will. Also klar hat der Wasserkocher ein paar Verluste in den Zuleitungen und in dem, was weiß ich, wenn man unten so einen Drehkontakt hat. Aber wir könnten ja trotzdem versuchen, genau die Leistung in dem Heizelement zu messen oder zu gucken, dass die eben 2 Kilowatt sind. Das, was dann aus der Steckdose entnommen wird, ist dann vielleicht ein bisschen mehr, weil noch irgendwie Verluste in dem Kabel auftreten. Aber ich würde mal sagen, Wirkungsgrad könnte man bei dem Problem bestimmt ganz gut ins Gart drücken. Was natürlich so eine gewisse Herausforderung ist, wie du schon sagst, der Wasserkocher gibt ja Wärme an die Umgebung ab. Der ist ja nicht perfekt isoliert. Und also wenn mein Wasser 20 Grad hat, so wie das vielleicht aus der Leitung kommt und der Raum hat 20 Grad, dann passiert da nichts. Aber desto heißer das Wasser wird, desto mehr Wärme wird natürlich an die Umgebung abgegeben. Wobei ich vermuten würde, jetzt bei der kurzen Zeit und so könnte man relativ kurzen Zeit, könnte man das wahrscheinlich auch ganz gut vernachlässigen gegenüber dem, was da eben an. Also wenn ich jetzt einen Wasserkocher heiß mache und ich lasse den stehen, wie lange dauert das, bis es ja wieder kalt ist? Mindestens eine halbe Stunde oder Stunde oder sowas. Und ich meine, also Stunde gegenüber dem paar Minuten hier ist so. Ja, aber könnte ich jetzt trotzdem auf eine Millisekunde genau bestimmen? Never ever. Ja, also erstmal kann ich so genau gar nicht stoppen jetzt mit der Hand und dann ist auch die Frage, wo und wie messe ich denn jetzt die Temperatur? Ja, also das Wasser muss ja auch erstmal, die Temperatur muss ja von der Heizplatte, das muss ja erstmal irgendwie so ein bisschen in dem Wasser verteilen. Also ich würde mal behaupten in dem Experiment, wenn ich das auf eine zehnte Sekunde irgendwie hinbekomme, das wäre schon super gut. Also realistischer ist wahrscheinlich eine ganze Sekunde, so in dem Fall. So und von daher, naja, wenn ich das hier mit einer Nachkommastelle angebe, wenn wir das runden würden auf 104,7 Sekunden, wäre das sozusagen von der Genauigkeit her vollkommen ausreichend. Und so ist das auch bei vielen elektrotechnischen Aufgaben. Also wenn ich irgendwo eine Spannung ausrechne oder einen Strom ausrechne oder einen Widerstand ausrechne, dann wäre das ja auch so, ich würde das mit einem Multimeter messen. Und ich meine, so ein Multimeter hat ja auch nur, weiß ich, vier, fünf, sechs Digits oder so, wenn das ein super gutes, teures Tischmultimeter ist. Ansonsten hat das ja auch nicht so viele Stellen von der Genauigkeit her. Also, lange Rede, kurzer Sinn, wenn ich da hinschreibe, 104,7 Sekunden reicht das vollkommen aus von der Genauigkeit her. So, dann, was man an der Aufgabe auch irgendwie noch ganz gut diskutieren kann, ist, dass es auf jeden Fall total schlau ist, eben, wie du das schon gemacht hast, auf die Einheiten zu gucken, weil sich aus den Einheiten manchmal ganz viele Sachen ergeben. Ja, und eben, also mit den Einheiten zu rechnen, was man ab und zu mal ganz gern sieht, ist, dass Leute irgendwie eine Formel hinschreiben, dann die Zahlenwerte einsetzen, aber komplett ohne Einheiten, dann kommt irgendein Ergebnis raus und dann schreiben sie am Ende wieder die Einheit hinter, die irgendwie rauskommen sollte. Oder man macht vielleicht noch eine Einheitenprobe, aber sozusagen die Rechnung ist hier und die Einheitenprobe macht man irgendwo da drüben und wenn man zwei Wochen später darauf guckt, weiß man schon auch selber nicht mehr oder zwei Minuten später, welche Einheitenprobe jetzt mal zu welcher Rechnung da so gehörte. Also, Zahl und Einheit gehören zusammen, ja, und man kann die Einheiten, man sollte die Einheiten direkt in der Formel verrechnen, um zu gucken, dass am Ende auch die richtige Einheit rauskommt. Jetzt haben wir natürlich hier uns so ein bisschen so eine self-fulfilling prophecy gebastelt, weil wir haben ja die Formel nur anhand der Einheiten erstmal zusammen gebastelt und dann sollte natürlich am Ende auch die richtige Einheit rauskommen. Wir müssen vielleicht gleich nochmal gucken, dass wir auch auf andere Art und Weise auf diese Formel da kommen. Ja, aber also wenn man im Normalfall irgendwas rechnet und da kommt die richtige Einheit bei raus, dann ist das kein stringenter Beweis dafür, dass man richtig gerechnet hat, aber auf jeden Fall schon mal ein ganz gutes Indiz. Ja, wenn man irgendwas rechnet und da kommt die falsche Einheit raus, dann kann man sich auch sicher sein, dass man falsch gerechnet hat oder dass die Formel falsch war, dass der Ansatz falsch war, dass man irgendwie falsch eingesetzt hat, was auch immer. So, also deshalb mit Einheiten rechnen, prüfen, ob die richtige Einheit rauskommt. Wer nutzt ganz gerne ChatGPT zum Lösen von Aufgaben? So, ja, Leute geben, die das machen, ich auch ab und zu. ChatGPT, zumindest so in bisherigen Versionen, ist auch nicht wahnsinnig gut in solchen Einheitengeschichten. Also das macht das meiste so, schreibt die Formel hin, dann setzt es irgendwie Zahlenwerte ein und am Ende schreibt es die richtige Einheit hinter. Also in der Zwischenrechnung fehlen meist die Einheiten. Und wir haben seit diesem Semester auch in Magdeburg einen neuen Studiengang, Engineering Science, einen englischsprachigen Studiengang. Und für den habe ich dann mal so englischsprachige Grundlagenliteratur recherchiert. Und da stellt es sich heraus, dass es super viele englischsprachige Bücher gibt, in denen das genauso ist. Also da steht eine Formel, da werden Zahlenwerte eingesetzt, am Ende wird die richtige Einheit hinter geklatscht. Was prinzipiell falsch ist. Ja, also wenn ich hier die Einheiten weglasse und hier schreibe ich eine Einheit hinter, dann gilt einfach diese mathematische Äquivalenz nicht. Also hier die Einheiten weglassen ist kein Schönheitsfehler oder Flüchtigkeitsfehler, es ist einfach faktisch mathematisch falsch, das so zu tun. Weil eine Zahl ist eben was anderes als eine Zahl zusammen mit einer Einheit. Das muss man vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Naja, und auf jeden Fall, wo hat Chachepetit daraus gelernt, aus vielen Büchern, wenn in vielen englischsprachigen, angloamerikanischen Büchern oder aus diesem Sprachraum das so falsch ohne Einheiten drinsteht, dann hat es das halt von da gelernt, dummerweise. Okay. So, na gut. Dann wäre so das Letzte, was wir uns jetzt irgendwie überlegen könnten. Wie könnte man denn jetzt auch auf diese Formel hier so Stück für Stück für Stück kommen, ohne sich das aus der Einheit der spezifischen Wärmekapazität zusammenzubasteln? Genau, also um einen bestimmten Stoff, um eine, also eine, eine Masse eines bestimmten Stoffes, um eine bestimmte Temperaturdifferenz zu erwärmen. Da gibt es so eine schöne Formel, Wärmeenergie, die können wir E nennen für Energy oder auch Q für, weiß nicht was, auf jeden Fall für Wärme. Und das ist M mal C mal Delta T. Ja, findet man so in Formelsammlungen. Richtig? Ja. So, okay, dann haben wir Energie. Also das haben wir ja auch schon irgendwie das und das und das benutzt. Jetzt fehlt uns ja irgendwie nur noch die Leistung. So, wie hängen jetzt Leistung und Energie zusammen? Leistung ist Energie pro Zeit. Genau, Leistung ist Arbeit pro Zeit und Energie pro Zeit. Also P ist E durch T. Zumindest wenn man sagt, über einen bestimmten Zeitraum ist diese Energie umgesetzt worden. Ja, sonst, wenn man so eine Momentanleistung, das wäre jetzt so etwas wie so eine Durchschnittsleistung. Ganz allgemeiner würde man das vielleicht mit einer Ableitung schreiben. Di nach dt, dann kommt da eine Leistung bei raus. So, also auf jeden Fall können wir jetzt die Energie ja mal hier einsetzen. Und dann kommt da raus, P ist M mal C mal Delta T durch Klein T. Und können das nach der Zeit umstellen. So, und wie stellen wir das nach der Zeit um? Mal T, ja, also wenn die unbekannte Größe im Nenner eines Bruches ist, ist es immer schlau, mit der zu multiplizieren, um die aus diesem Nenner rauszubekommen. So, dann kürze ich das T auf der Seite weg, dann haben wir hier ein T mit dazu. Kann ich ja mal hier so andeuten, ja, also hier ein T mit dazu, hier ist das T weggekürzt. So, dann steht hier T mal Groß P ist das. So, und wie kriegen wir das P hier weg? Und die mal durch das Groß P teilen. So, und dann geht hier das P weg, hier kommt das P mit dazu. Und dann steht hier unten genau die Formel, die auch da oben steht, die wir uns vorher jetzt so sehr, sehr, sehr geschickt aus der Einheit da zusammengebastelt haben. Von der spezifischen Wärmekapazität. So, und es gäbe jetzt bestimmt noch irgendwie zwei, drei andere Möglichkeiten, das herzuleiten. Aber irgendwo muss natürlich immer Wärme, Energie, Leistung, Zeit, diese Größen da mit drinstecken. So, und zusammenfassend und vielleicht noch, also jetzt nicht super spezifisch zu dieser Aufgabe, aber so ganz allgemein, also worauf es bei solchen Aufgaben ankommt, ist natürlich nicht das Ergebnis. Also im Prinzip ist es vollkommen egal, ob jetzt hier 104,7 Sekunden rauskommen oder nicht. Also, wenn ich ein bisschen was an den Zahlenwerten ändere, kommt hier unten eben anderer Wert raus. Also, das Entscheidendere ist natürlich, dass man verstanden hat, also es geht nicht, es kommt nicht auf das Ergebnis prinzipiell an, sondern auf den Prozess. Ja, also man sollte ungefähr verstanden haben, wie man an solche Aufgaben rangeht, wie man sowas rechnen kann. Ja, und nochmal so kurz zusammengefasst, was man jetzt hier irgendwie schön demonstrieren konnte, ist, mal am Anfang über Größenordnung nachdenken. Ja, was sollte ungefähr so rauskommen bei solcher Aufgabe? Auf die Einheiten achten, Ergebnis irgendwie sinnvoll runden und es gibt formeltechnisch immer mehrere Wege und Möglichkeiten, hier bei solcher Aufgabe zum Ziel zu kommen.